I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tja, meine Liebe, das sind deine Kerzen, die du geschenkt bekommst, wenn du für mindestens 20 Euro hier bei Pearl bestellst. Ja, und das können auch Ihre Kerzen sein, wenn Sie für mindestens 20 Euro heute schon bei Pearl eingekauft haben. Können Sie diese tollen LED-Kerzen hier mit dazu bestellen zu Ihrer Bestellung und das absolut gratis. Wir haben hier 20 LED-Kerzen, die sehen toll aus und es ist LED-Technik. Das bedeutet, die werden nicht warm wie andere Kerzen. Wenn ich sie anfasse, man merkt das, keine Wärme wird abgegeben. Sie sind absolut sicher, da kann nichts mehr passieren zu Hause und sie sehen toll aus, oder? Absolut und sie sind auch sehr solide gemacht. Sie haben einen sehr, sehr starken Greiffuß mit einer starken Feder da drin, in grün und auch ein grünes Kabel. Das bedeutet, in einen grünen Baum fallen diese gar nicht auf. Ne, und sie sehen richtig schick aus. 20 von diesen cremefarbenen Kerzen hier ist sogar so, als ob das Wachs runterläuft, eingearbeitet. Die Flamme auch schön geschwungen, also es sieht fast aus wie eine echte Kerze, aber es ist natürlich LED-Technik, die wir hier haben. Und das bedeutet auch, dass der Energieverbrauch wirklich sehr gering ist. Ja, das geht ja weit unter 12 Volt. Also das ist nichts. Da kann man auch mal den Weihnachtsbaum brennen lassen. Und wie viele Kerzen waren es? 20 Kerzen und es ist wirklich, es hat so etwas Nostalgisches, finde ich. Es sieht aus wie echte Kerzen. Weil es kam ja jetzt so ein bisschen in Mode die letzten Jahre, dass sich alle diese klitzekleinen LED-Lämpchen einfach nur über den Baum geworfen haben, diese Netze. Aber das finde ich persönlich nicht so schön. Ich mag diese richtige Kerzenform. Ich finde, das muss sein wie zu Omas Zeiten. Das müssen solche richtigen Kerzen sein. Gerade cremefarben dann, wie du schon gesagt hast, mit den grünen Klemmen. Da fällen die Klemmen und auch das Kabel gar nicht auf im Baum. Es sieht richtig schön aus. Ja, und wenn Sie sagen, ja, aber 20 Stück, das ist ein bisschen wenig. Ich hätte gern 40 Stück. Macht nichts. Bestellen Sie morgen irgendetwas bei Pearl TV, über 20 Euro. Und Sie bekommen dann wieder solch eine Kette mit dazu geschenkt. Also das ist ein Zubestellartikel, was Sie einmal am Tag bestellen können. Also bitte schön, bestellen Sie einfach heute Ihre Sachen und morgen Ihre Sachen. Und Sie bekommen Ihre zweite Kette mit weiteren 20 Lämpchen dazu. Ja, mit der Bestellnummer der ZU 20973 und der 569 kommt dann ab ein Bestellwert von 20 Euro. Diese tolle LED-Lichterkette gratis mit zu Ihnen nach Hause. Atmosphäre Freihaus von Pearl TV. Wir freuen uns auch für Sie. Ja.